Geh mal kurz ne Rakete an, damit du Bescheid wirst, ja? Geh mal davon aus, dass du dein Geburtstag hast. Ja, das ist bei uns im Dorf so Tradition. Jeder, der Geburtstag hat, zündet einfach um Mitternacht einmal ne Rakete an. Ich weiß das ganze Dorf Bescheid. Wie jung wirst du, wenn ich fragen darf? Ein Jahr älter als vorher. Ah, das ist schon klar. Also ein Jahr älter als voll gewerbsfähig. Achso, ich hab nicht gleich den Arzt, weil wir guck mal hinter euch. Och ne, da ist das Auto wieder. Ja, also 19. Ne, voll gewerbsfähig für's mit 21. Also 22. Und der LKW auch. Sorry, ist bei mir schon etwas länger her. Macht nix, alles gut. Kann ich auch sagen, ein Jahr älter als ich in Amerika Alkohol trinken dürfte. Das hört sich dann an davon. Ja. Dann versteht man das auch. Boah, Auto verpiss dich, ich hab heute die richtige Laune dafür. So sind wir alle beisammen? Ja, das blaue Auto steht auch dabei. Ja, super, da können wir ja los, ne? Nein, Schumi ist noch mal in kurz Obama und so. Ich schau schon mal die Rakete raus. Muss ich ja irgendwie hier aus dem Fenster rausschießen. Das geht schon. Das ist aber auch nicht erlaubt. Doch, ist alles gut hier. Außerdem steht da ja sowieso drauf hier. Was steht hier drauf? Warte. Wie viel NEM ist da drin in dem Teil? NEM 18 Gramm. Und wie viel ist erlaubt in Deutschland? Keine Ahnung. Was? Ja, wir haben aber den Scheiß Scania hier stehen und das Auto ist schon irgendwo da vorne. Ja. Warte da. Dann kommen wir wieder zurück. Ja, ja. Der rammt uns jetzt. Pass mal auf. Ja. Na gerne tun. Ich hab's alles. Sag ich doch. Jawoll. Ja, dann jetzt gerammt. Ja. Na, den Generator. Gummibär. So ein Dreckspisser. So, ich probier's jetzt auch noch mal. Ich hab's auch Video gemacht, oder? Ja, ja. Scheißegal, 30, 62 Bahn. Du kommst eine Weile zur Ruhe. Rechts zur Maustaste klicken, dass da Fall kommen auf den Namen jeweiligen und dann auf Report. Jummi? Ich weiß nicht was das soll, Alter, diese Trollerei. Aber, es ist mal was anderes. Zack, jetzt haben sie, jetzt haben sie Wolfi. Oh ja, nur den Aufflieger. 0%. Ich hab ihn auch gemeldet. Er versteht dich eh nicht. Hat sich weggeportet. Ja, da kommt wieder die Nachricht mit der Homepage. Die ist hier schon gekommen. Ich würd sagen, los abfahrt. Pass auf, ich fahr jetzt ab. Gucken, ob der Scania hinterher kommt. Eigentlich müsste man von rechts nach links abfahren. Abfahrt, alle. Ach, das ist hier. Ich fahr jetzt ab. Ich fahr jetzt ab. Ich fahr jetzt ab. Ich fahr jetzt ab. Und wie viel Schaden habt ihr so schön? Der kommt da noch? Wolfi, ne? Ja. Das Garnier fällt sich aber gerade sauber da hinter mir. Also ich hab 5% vorne, 4% Amtschallabhänger. Komm rein. Wir können doch nicht sagen, ihr fährt 90 und dabei fährt ihr über 80. Ja, ich wäre so als Schumi gerade hinten reingefahren. Also ich fahr 90. Ja, lieber Rettungstück mal wieder runter. Ich musste gerade bremsen. Aber gleich ist es wahrscheinlich so, dass bei dir die 90, bei mir die 100 sind quasi. Und dann haben wir wieder einen Abstand, weiss? Da fährt das Garnier sauber, bis das Auto wieder da ist. Na, ich hatte gerade 96, weil ich hab ne Toleration 5 drin. Das geht? Ja, wenn du bergab fährst, ja. Ach so, du meinst du, ja. Siehst du, ich bremse sofort bei 1 kmh Überschreitung. Ja. Bei 0. Und ich hab 5 Toleranz drin. Gesundheit. 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 Und Skoll. 0. Ich geh mal auf 75 runter, aber das fahr ich den Wulfi hinten drauf. Fing den Generator ab. Was? Kann ich noch. Also ich fahr vorne wirklich Maximum. Ja, ich fahr hinten auch jetzt. Ich fahr jetzt mal zu. Jemanden hinter mir fahren lassen, will ich nicht. Also nicht jemanden, der noch nie mit mir zusammengefahren ist. Weiss gar nicht, wer hat mir schlecht den schlechtesten Ding hier? Tete, tete. Was fragst du noch? Wir haben mit 66 und das ist unser Inhaber. Was, ich hab 24. Welcher davon? Ja, jetzt hab ich mehr. Die 1 oder die 2? Die 1, der ohne, der 2. Nein. Die 1, 20. Was? Lakina ist kein... Lakina? Du bist Inhaberin? Nee. Boah, Lakina war schwarz. Aber schnell. Oh, sorry. Ich hab mich immer einverdacht. Du weißt doch... Du weißt doch... Du weißt doch... Du weißt doch Tittenbonus. Achso. Ja stimmt. Ich vergaß. Aber dann frag ich mich warum Sandra nur Disco ist. Oh, Shumi. 122 hast du. Nee, Inhaber will ich gar nicht mehr sein. Ich hab das einmal hinter mir. Ja. Ich nochmal. Und der legt sich hin. Da bin ich gespannt. Keiner legt sich hin. Der Banker legt sich hin und sinkt. Ja, ich bin drin. Ich weiß nicht, ob man mich normal versteht oder es wieder anfängt zu lecken. Nee, das war ganz gut. Bis jetzt läuft es einmal frei. Noch. Noch. Davor war es so. Davor war es so, Alter. Davor war es so, Alter. Ich hab mein Spiel gestartet. War vorbei, Alter. War ich hier komplett aus dem Fernseher raus. Goll. Ja. Ja. Kann ich mal bis oben hin. Ja. 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 Die Paris-Tour ist erstmal weg. Weil die hab ich wegschmeißen müssen, weil er mich da komplett davor rausgeklatscht hat. Ja. 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 Ey, wenn der mir jetzt weiter auf die Nerven geht und gleich mich hier anrempelt, dann gibt's Was. Ist sauber bis dato durchgefahren. Sauber gefahren. Wir können doch bestimmt in 2 Minuten einmal kurz anhalten, oder? Nein. Wir sind nicht langer oder? Nee. Dann gibt's eine Rakete. Oder? Ja. ja das ist alles aber mal hier vor ort nach oben richtig immer wieder aktualis da sind wir in 900 km dann sind wir da ja schießt mein orange in der truck nein er zieht mich drauf ey da hab ich mich dann muss ich mal nach münchen weißt du was mich gerade aufregt ja dass ich eine vollbringung machen musste wegen dem orange an die ganzen roten punke wollen ja auf der karte hier zwischen ja ich weiß auch nicht warum ich da China nicht mehr habe geschweige denn Wolfi ja weil wir zu weit weg sind wahrscheinlich nein ich meine mit Freunden mit Punke weißt du warum ich nicht dein Freund bin wer fährt denn da da China das ist äh ja weiß ich nicht auf jeden Fall ist der nicht mit mir befreundet Kevin ne ich bitte zum Schluss ne ich will bloß mal was von gewissen ach so was denn was ist denn die nächste Stadt wo ihr hinkommt also vorbeiparkt keine Ahnung aber hier steht irgendwer auf dem Apakters das nächste ist jetzt Innsbruck wo wir dann vorbeipalern wird macht man ich bin für heute Generator ist hinter mir ne user disconnected from your channel wer hat sich abgemeldet wer hat sich abgemeldet ah nee alter das Ding geknallt ne der Milan der Milan ist hinter mir wir sind ja auch ganze Zeit schon aber wir sind schon an dir vorbei ne alles Gute zum Geburtstag danke Happy Birthday ich bin der König ähm alles Gute darauf gab es den Knall aber der Milan gehört nicht zu uns Stagina nein nein der hängt mir schon die ganze Zeit am Linz ab das ist die einsame Zugmaschine naja irgendwo drauf das ist schon wieder der blaue PKW aus das kann doch nicht sein den Knall den habt ihr doch hoffentlich gehört ja also ich hab ihn gehört höchstens in meiner Hose den Knall 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 das war ein paar Gramm das war ein paar Gramm das ist die Explosion der Samenstränge die wir nicht mehr brauchen nee das ist Explosion in meiner Hose also dann hab ich gerade wohl wieder einen fahren lassen das kann ich mir schon vorstellen bei dir ja ich weiß es nicht alter ich hab wieder Bier getrunken da ist das echt extrem bei mir der Tobe hat gelogen mit was ja da ist ja halt keine Zeit mehr ja da ist ja aha wo ist er der ist jetzt bei der SAC sagst du ein Anhaltransporter ja bei Bastille bei anderen Sposten oder ja bei Bastille der ist wieder hier ja bei Bastille zack zweite Fahrer abgeworben wie sieht's aus hab ich grad gesehen und nicht Hammerband hat er doch schon oder nicht nein noch nicht wollte ich das schon machen was der Bastille ah der kriegt mal einen ach der Bastille oder was ja ja genau der dann tut den Lars doch gleich mit Permabann weil sonst kommt er dann nicht mit Lars rein der fahrt an Innsbruck auf der Autobahn vorbei war ja wir gehen innsbruck runter auf die A13 A13 gut hier gehen wir runter an Turbo das ist schon der zweite Fahrer den er abgeworben hat Andi wer ist denn der Chef von SRT normalerweise sollten wir ihn bald anschwärzen alter und gleich anhängen alter ach so ja ich wusste ja nicht ich wusste ja nur dass er eine eigene Spieltie hat aber nicht welche das hat die Sachsen-Anhalt-Transporter normalerweise sollten wir ihn gleich anschwärzen alter oh wer jetzt mal hingehen will und möge bitte Kündigung schreiben wo geht das denn also wir können ja nicht den anschwärzen ne ne anschwärzen ja ja höchstens geht jetzt zwei Blacklist aber was bringt dir das so gar nichts weil du keine Beweise hast warum es sind jetzt schon zwei Spätis naja ach guck mal eins schnitzig scheiße labern auf den TS wo habt ihr euren Troller ne der Troller ist nach unser Security Fahrzeug da der 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 die karin ist wieder da mit dem auto das auto blaue auto die karin 27 hat sich das aber bis dato verhalten da wollte ich mich überholen da wollte ich mich dazwischen gedrängelt und habe ins rechtsspiel gemacht ich hab den schon mal personalleiter hier report is timed out quer webseite war mir ok ah scheiße auto wieder ich hab den schon mal personalleiter weggelommen so ich geh einfach vorne auf 50 bis wir alles dran sind wieder ja ja die ist gerade hinter uns 50 hast du noch ja ja kommen wir kommen ja mein freund da vorne noch einer mit mit aufnahme irgendwie bkw setzt wieder an ja und ich bin voll dagegen das auto ist ingekippt oder das auto kannst du nicht lassen alter vorsicht mich bitte nicht berühren user in your channel timed out schau an die ja alter jetzt reicht's danke ich liege volle 100% der hat latina weggeschossen ja wie gesehen bkw karin 27 ey der hat der glib mal drin ging voll im boden drin ich bin vorbei der hat noch glib mal drin oder das schwein zugmaschine genau wie 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 fracht alles 100% so jetzt mal gegen schumi ich guck da foult oder was bracht ist weg vorbei rack 30 62 ich erwarten extern ich kann noch nicht mal raus die anbremse ich musste mich gerade hinstellen weil der penner mich hier weg gerammt hat er kam mit voller rucht an schon kein bock mehr ich konnte aber so schnell wir warten ich konnte jetzt auch morgen leider auf dem feld schneller alles weg wird halt doch nicht wieder weggebrodelt natürlich weil sie hatten schon öfters schon hinter mir gehalten jo ich hab dir doch gedacht die scheißkarre kommt wieder wir kommen wollen nicht mehr haben das ist das das ist das gerade gewesen ich fahr jetzt gleich in allem durch ich will ins bett ich muss morgen arbeiten ich stehe in insbock ja da warten wir jetzt hier auf dich ja wenn ich überhaupt ne tour noch krieg ne oh ja da ist es halt oder machen wir den platz hier war der turbo nicht in der wurzelgruppe ja brauche er mal ich gebe soll er mal machen soll er mal kommen der geht nur auf die eier ne wie kann man so behindert sein wie kann man so behindert sein ja vor allem vor der rucht er aus ja wenn man so als das das ist das ich das das ich der ist nicht das ich das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020